Jungs und die sind zurück! Auch regelmäßig guckt. Deswegen Freunde, guckt da gerne wieder vorbei bei den Jungs. Es freut mich echt riesig, dass der Kanal wieder da ist und jeden Tag jetzt mit Update-Videos versorgt wird. Und ja, deswegen mal ein ganz anderer Einstieg. Trotzdem auch ein herzlich willkommen von meiner Seite heute zum wöchentlichen XRP-Update-Video. Wir gucken uns natürlich wie immer den Chart an, aber wie gesagt, das fand ich jetzt einfach deutlich, deutlich wichtiger und wollte einfach den Jungs jetzt hier mal den Support gönnen. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, was hat sich charttechnisch diese Woche getan? Was können wir möglicherweise noch erwarten in dieser Woche? Das werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten fünf Minuten jetzt etwas mal genauer anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und joint natürlich gerne der kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppe. Wenn ihr Bock habt auf Signale, Infos oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich einfach direkt sagen, gehen wir durch zur Chart-Analyse oder gehen wir direkt drüber zur Chart-Analyse. News gab es diese Woche nicht wirklich viel, außer, dass die FED natürlich Geld wieder ohne Ende druckt, dass der ISO-Start langsam aber sicher naht und die ISO-Coins natürlich auch ordentlich gepumpt sind. Nur XRP will noch nicht so wirklich da ausbrechen. Ihr kennt diesen Falling, Broadening, Wedge-Kanal. Gefällt mir nicht wirklich gut weiterhin. Aber was sehr, sehr wichtig ist und was man gleich vorneweg sagen muss, wir haben unser Golden Pocket hier unten nochmal getestet. Wir haben die Liquidität hier unten draus gezogen. Wer sich das Video letzte Woche reingezogen hat, weiß, das ist ein extrem wichtiges Level für uns gewesen, hier diesen Support nochmal zu bestätigen. Und was ich auch dazu gesagt habe, wichtig ist, wir hatten hier noch diesen WIG, die vorletzte Woche davor und hier lag eine Menge Liquidität. Die haben wir uns jetzt mit diesem WIG nach unten hin geholt, der nicht mehr so viel Liquidität vorhanden hatte. Wichtiger Zug. Danach kam Pump nochmal in die Region um 0,38 US-Dollar Cent, aber XRP hat es wieder nicht geschafft, über unseren Widerstand rauszubrechen. Wir könnten jetzt mittlerweile schon so weit gehen, dass wir den Widerstand hier ein bisschen anders zeichnen. Vielleicht ein bisschen besser. Durch die ganzen Fake-Outs ist der jetzt nicht mehr so valide, deswegen zeichnen wir den jetzt erstmal so ein bisschen ein. Ja, ich weiß, man soll nicht immer nur hin und her zeichnen, aber in diesem Fall ist es vielleicht mal ganz sinnvoll. Aber wichtig war eben, dass wir unten hier jetzt erstmal ein bisschen Support getankt haben und durch diese ganzen ISO-Hype, der jetzt momentan ein bisschen drin ist, Sifirium, ordentlich nach oben hingepampt. Habe ich den gerade in der Liste? Ne, gerade nicht. Sifirium ordentlich nach oben gepampt. Ich glaube 30, 40 Prozent in den letzten Tagen. Nur XRP zögert hier noch ein bisschen. Warum? Natürlich, weil immer noch die ganze SEC-Sache im Hintergrund steht. Aber es gibt hier jede Woche immer mal ein bisschen bullischere News, dass jetzt endlich mal ein Urteil kommen sollte und die SEC immer mehr in der Zwickmühle ist. Also ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass wir hier auch bei XRP die nächsten Wochen, Monate deutlich besser performen sollten. Vor allem, wenn jetzt der Kryptomarkt hier wirklich nach oben hin ausbrechen sollte. Also das ist schon mal Nummer eins auf jeden Fall. Wichtig wird es jetzt nur hier sein, dass XRP auch mal ein höheres Hoch reinbringt. Weil das ist auch noch so, ihr seht jetzt die Linie, die wir jetzt hier verzogen haben, immer wieder tiefere Hochs, das ist nicht gut und Lower Lows. Und das ist auch nicht gut. Jetzt haben wir versucht oder versuchen hier gerade zumindest so einen kleinen Aufstieg wieder reinzubekommen. Das ist so der erste Step, aber es ist halt eben noch nicht alles. Aber der erste Step zumindest schon einmal, der für uns wichtig werden wird. Der nächste Step, da gehe ich jetzt mal in die kleineren Timefilms eben rein, schauen wir uns das auch ganz kurz an, wird hier oben der Bereich um 0,37, 57 sein. Das heißt, wir müssen diese Hochs, wo auch so eine kleine Supplyzone auch noch drin ist im 1-2 Stunden Chart, da müssen wir drüber kommen. Und wenn wir hier impulsiv endlich mal drüber kommen und dann auch endlich mal über diesen Bereich hier oben drüber kommen, über unsere Downtrend-Linie bei 0,39 bis 0,40 US-Dollar sind, dann ganz ehrlich Leute, dann kann das Ding endlich mal hochballern Richtung 0,44. Ihr habt es gesehen oder wer ein bisschen Cypherium verfolgt sieht, da geht ordentlich was, da geht ordentlich was voran, da kommt ein Pump rein momentan. Und das wünsche ich mir eben auch bei XRP momentan. Und da können natürlich unsere Jungs von XRP Deutschland, ich kann es nochmal sagen, schön, dass ihr wieder da seid, Leute auch ein bisschen unterstützen, mehr Leute wieder in den XRP-Raum hier reinzukriegen oder immer mehr Leute für XRP zu begeistern. Es wird jetzt einfach extrem, extrem spannend. Wir sehen, Bitcoin steigt, die ganzen Altcoin-Märkte steigen, Bitcoin bei knapp 26.000 US-Dollar oder jetzt in dem Moment knacken wir gerade die 26.000 US-Dollar in diesem Video. Und das muss natürlich jetzt auch mal bei XRP passieren. Wir brauchen hier einen ordentlichen Push nach oben und nicht nur einen kleinen Push, sondern einen großen Push. Wir müssen hier endlich mal diesen Downtrend besiegen, bestätigen. Und dann ganz ehrlich Freunde, wir haben hier oben eine Menge Volumen noch liegen bei den 0,43, 0,44 und der nächste Step wären dann die 0,50. Und ganz ehrlich, so wie der Markt momentan ist, brechen wir unseren Widerstand, sehe ich hier in kürzester Zeit die 0,50 US-Dollar jetzt mit dem ganzen ISO-Zeug und alles sehr wahrscheinlich sehr gut möglich. Also ihr seht, ich bin hier ordentlich bullish geworden, nachdem wir endlich unser Golden Pocket hier unten erreicht haben. Ihr wisst, ich akkumuliere momentan jetzt erstmal nicht, weil ich für mich persönlich erstmal genug XRP habe. Ich weiß, man kann nie genug XRP haben, aber für mich jetzt persönlich erstmal ein bisschen Pause. Aber diese Range eignet sich einfach fast seit November rum, eignet sich diese Range zum Akkumulieren. Zumindest jetzt in diesem Zeitraum, aber wenn wir in die Vergangenheit gehen, sehen wir seit Juni 2022 ist diese Range zum Akkumulieren da. Meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Und diese Chance sollten wir auf jeden Fall nutzen, denn ich sehe XRP die nächsten Wochen deutlich, deutlich bullischer. Gut, das war es von meiner Seite, meine XRP-Freunde da draußen. Ich würde sagen, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und ja, jede Woche XRP-Update-Video hier auf meinem Kanal. Und wenn es euch das auch immer noch nicht genug ist, dann schaut bei den Jungs von XRP Deutschland vorbei. Dort kriegt ihr täglich Updates. Und das war es von meiner Seite. Ich würde sagen, dieses Bild lassen wir so stehen. Besseres Abschlussbild kann man nicht sehen. Und ja, das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Ciao.